Mein Name ist Mario Riedler-Stecher, ich bin 35 Jahre alt, Organisator der Istrien Sub-Challenge und komme aus Kaufbeuren. Servus, hallo, mein Name ist Manuel Stecher, ich bin der Zwillingsbruder von Mario, 35 Jahre alt, komme aus Kaufbeuren. Ich bin total heiß auf die Expedition, einfach weil es mir Spaß macht, mich körperlich zu fordern, an meine Grenzen zu gehen und fünf Tage am Stück zu paddeln. Hallo, ich bin Arn Dunzinger, ich komme aus Garmisch-Partenkirchen, ich habe dort eine Bekerei, das ist meine Profession und meine Leidenschaft ist das Paddeln und ich freue mich schon auf unsere Istrien-Challenge jetzt im Mai. Follow us! Hallo, ich bin die Anja Klotz und ich fand die Idee, was für die Redung der Delfine zu tun, super, deshalb habe ich mir überlegt, wir könnten einen Shop machen und da T-Shirts und T-Shirts und Tassen und Maus-Pads und Baby-Strampler verkaufen und mit dem Design von der Sonny, von der Sonny Höhnenscheid, haben wir das realisiert und wie ihr seht, die T-Shirts sind da, es gibt Emailletassen, es gibt Thermotassen, es gibt jede Menge Beutel und vieles mehr und ich würde mich freuen, wenn ihr auch shoppt und mit jedem Einkauf helft ihr die Delfine vor der Küste Adrias zu retten. Servus, ich bin der Andi Klotz, ich bin 51 Jahre alt, ich lebe in München und normalerweise stehe ich hinter der Kamera. Ich bin in München und ganz einfach mal. Ich bin mir ein Gesammer, ich bin mein Familia in München, ich bin auf dem Zeitpunkt nach T-Shirt und ich bin glücklich. So, bitte, zu Fazen, hey, viel länger, ich bin glücklich, ich bin glücklich, ich bin glücklich, mich strachend. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.